Meine Damen und Herren, ich habe das geschafft, was J.A. geschafft hat. Ich bin zwar nicht so fies wie er, aber ich meine, ich habe es trotzdem geschafft, dass sie zu uns gekommen ist, und zwar mit Melodien aus ihrer neuen Langspielplatte Träume von der Südsee, Audrey Lenders. I know a place where the sun is always shining I know a place where love is in the end A place where I know I can leave the world behind me I can just close my eyes and believe I'm lying there On the beach The beach of Montego Bay In the sun and the sand And the sound of the waves on the shore A world I've waited for On Montego Bay On the beach The beach of Montego Bay Walking under the stars And the moon as it lights up the sky I found my paradise On Montego Bay I know a place where the sun is always shining Guantanamera Her name was Guantanamera Guantanamera He loves you, Guantanamera Haiti, Sherry Says Haiti is my beloved land Oh, I never knew That I'd have to leave you to understand Just how much I miss The gallant citadel Where days long ago Brave men served this country well And through all the night they'd sing Of Santo Domingo Of Santo Domingo Someday they all would be On the island of their dreams In Santo Domingo The land where your wishes come true I dream that my lover takes me one day To my perfect island We'll run away We'll dance in the moonlight Love on the sand Play all day in the sunshine My dream man Honeymoon in Trinidad Make my dreams come true Day and night and all my life I'll be with you Honeymoon in Trinidad All we can leave today Come with me Let's fly away Come with me to the island And hide away Honeymoon in Trinidad Auf diesen Moment habe ich seit, da das bei uns läuft, gewartet und endlich ist sie da. Danke, dass du gekommen bist. Ich bin sehr froh, dich hier zu sehen. Ich bin doch ein Frankfurter Mädchen. Und vielleicht, Audrey, wollen wir ein bisschen hessisch babbeln? Ja, wir können ein bisschen hessisch babbeln. Hessisch babbeln, das will ich sehen, das will ich erleben. Also hessisch babbeln, bitte, also babbeln mal. Ja, es will man nicht in Kopenai, wir können nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein. Ja, Stolze hätte sich gefreut. Sehr gut, das ist sehr gut, Mutti. Ja, die Mutti, ja. Sie spricht gut schon Deutsch, ja. Stolze hätte sich gefreut und bei der Gelegenheit, wir haben Stolze hier stehen. Wenn wir ein bisschen Platz machen, das ist also Friedrich Stolze. Und das ist ein Preis, den die Stadt Frankfurt verleiht, ein Kulturpreis. Ja, und da möchte ich ganz herzlich dazu unserer Wirtin, Lia Wöhr, gratulieren. Sie hatten die Folgewoche gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Und ganz gemerkt, meine Freunde Frankfurt. So, jetzt kommen wir wieder zusammen. Tomorrow you go to New York. Yes. Ist das right, ja? Jetzt spreche ich mal wieder Englisch. Oh Gott. You like apple wine? I love apple wine. I love it. Ja, man kann also, beim ersten Schluck kann man nur noch 60 sagen. 80 kommt ja später wieder. Ja, wunderbar. Zum Wohl, wunderbar. Das habe ich gern, wenn die Damen so anstollen, ich stehe dazwischen. Ich gebe Ihnen jetzt einen Bambel mit J.R., der sammelt ja Hüte, Hetz. Ja. Sie kriegen einen Bambel von mir. Und alle guten Wünsche, dass Sie oft bei uns in Deutschland noch sind. Und dass Sie wieder reinschauen in den blauen Bock. Wir würden uns riesig darüber freuen. Ciao und einen guten Schluck. And I see you later. Danke. Danke.